Wir haben 12.15 Uhr, die Sonne steht am höchsten Punkt, direkt senkrecht über mir, aber jeder kennt es, wenn man an einem schönen Spot ist, ist es eigentlich egal, ob es 12 Uhr mittags ist oder 8 Uhr abends, man macht das Foto. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Bilder und die Videoaufnahmen, die ich mache, nicht so geil aussehen werden, wie heute Abend um 19 Uhr. Das ist jetzt einfach wieder mal ein kleiner Test, um zu sehen, was dabei rauskommt. Ich lasse die Drohne kurz steigen und mache auch mit der Kamera ein zwei Fotos. Okay, halb eins ist es jetzt, die Bilder sind im Kasten. Jetzt warte ich einfach bis heute Abend und dann mache ich dieselben Bilder nochmal. Bin gespannt, wie der Unterschied aussieht. Ziemlich geile Location übrigens. Hinter mir ist Alarro zu sehen. Bin ich auch gestern mal hingejobbt. Ja, vorhin um 12 Uhr stand die Sonne da. Jetzt steht sie ungefähr da. Das Licht kommt viel, viel weicher auf der Erde an. Der Blick ist klarer, man kann viel weiter in die Ferne gucken. Irgendwie eine viel, viel schönere Stimmung. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt, ob es sich gelohnt hat, so lange zu warten, um einfach nochmal genau dieselben Fotos zu machen. Ich meine, solche Tests sind ja für manche total langweilig, aber für mich super interessant. Nur so kann ich sehen, ob sich das Warten hier lohnt. Bis zum nächsten Mal.